Ich bin Bernd Vormann, wir sind hier bei der Firma Vormann Land- und Gartentechnik in Hamm in Westfalen. Unser Leistungsspektrum umfasst den Verkauf von Schleppern, Landmaschinen, Ersatzzahlen und Kleinteilen. Die Werkstatt hat sich spezialisiert auf den Service und auf die Reparatur. Gegründet wurde die Firma 1996. 2004 begann dann die offizielle Zusammenarbeit mit der Firma Deutzfahrer. 2017 ist wiederum eine neue Werkstatt bezogen worden, in der wir heute arbeiten mit sieben Mitarbeitern. Unsere neu errichtete Werkstatt ist ausgestattet mit einer Kranbahn, einer Hebebühne 300 Tonnen für Pkw und Kleingeräte sowie einer Hebebühne 22 Tonnen für Schlepper und LKW. Wir sind im Stande, Reifen zu montieren bis 42 Zoll sowie Klimaerwartungen durchzuführen und die Rollstrahl zu pressen. Die neuesten Diagnosegeräte von Deutzfahrer stehen uns genauso zur Verfügung wie Diagnosegeräte für Pfandfabrikate. Ganz klar für Granit spricht der Webshop, die Auswahl an Produkten und das Arbeiten mit den Katalogen. Seit 1998 ist Granit uns ein verlässlicher Partner. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.